Joooooo Ein Frage habe ich Was machen wir? Hör mal auf hier Nein Warte ich mit dir Wir sind fertig Wieso lässt du mich dann hier viertelstunde Geschichte erzählen für deine scheiß Bäckerei Was wolltest du? Ich meine Du tust schön sticheln Sticheln Schön sticheln Na Aber danach auch bitte creme mich ein Du tust schön Du tust schön sticheln Du tust schön sticheln Ein zwei darf ich Was machen wir jetzt? Hör mal auf Geh mal ein Was ist mit dir? Du tust schön sticheln Warte ich mit dir Du tust schön sticheln Du tust schön sticheln Du tust schön sticheln Wieso lässt du mich dann hier viertelstunde Geschichte erzählen für deine scheiß Bäckerei? Du tust schön sticheln Du tust schön sticheln Du tust schön sticheln